Hörnetippel, Markus Peerbaum, Peter Charles und Marco Lixen. Zwei haben wir noch hier. Markus Fuchs aus der Schweiz. Ja, das macht er gerne, der Dinkas Boy. Hengst. Schon eigenwillig, aber immer bereit zu kämpfen. Dabei zu sein, wenn es darum geht, etwas zu gewinnen. Montadre, Mexiko. Im Aachen hat der Markus es versucht, an den ganz großen Geldpott in der Pulsachschau heranzukommen. Das ist ihm nicht gelungen. Ganz enge Wendung hier. Er riskiert alles, der Heidkanosse. Schauen Sie auf die Uhr. 26, 27, 32, 5, 1 geht es zu schlagen. Was für ein Satz. Er schmeißt alles weg. 31,72 Sekunden. Nicht zu übermütig werden. Nicht zu übermütig werden. Markus Fuchs, noch hast du nicht gewonnen. Es ist noch einer da, der Nido Philipp Aertz. Der kann schnell sein. Aber da schauen Sie was für ein Satz. Alles riskiert hat er. Das war schon.